Projekt Pilzmaschine Algorithmustest 2 Umleitung der Energie in 3, 2, 1 Hochfahren in 3, 2, 1 Direkt in die Sonne zu gucken ist sehr schmerzvoll für die Augen. Doch wisst ihr, was noch schmerzvoller ist? So zu sehen, wie irgendwelche Cheerleader vor Idioten posen. Was das mit diesem Video und dem Thema zu tun hat, weiß ich auch nicht wirklich. Auf einmal muss ich niesen und alle haben mich angesehen. Oh, da ist sie. Sogar so wie sie niest ist, monströs. Ich weiß nicht, was mir es auf Deutsch heißt. Und ich bin sofort zu googeln. Die größte Zicke des Universums, Candice, mochte das gar nicht. Ähm, Entschuldigung, seid ihr blind? Dieser No-Name ist nicht mal ein Cheerleader. Und schaut euch ihre Haare und ihre Klamotten an. Der Punkt ist, sie hat den größten von uns allen. Candice mochte das noch weniger. Und es war mein Signal, meinen inneren Usain Bolt rauszulassen und zu rennen. Doch ihr inneren Usain Bolt war stärker und sie hat mich am Shirt gepackt. Du bist nur die Tochter von unserem Hausmädchen. Erinnere dich immer dran. Dann hab ich meinen inneren Jackie Chan freigelassen und sie am Arm gepackt. Doch meiner ist größer als deiner. Erinnere dich immer dran. Und ich bin mein Garant. Das wird Konsequenzen geben. Doch das ist es wert. Hi, ich bin Stella. Und ich wollte eigentlich nur friedlich mit meiner Mutter Fake Pranks auf YouTube mein Leben machen. Doch das ist unmöglich, wenn du mit Milliardären aus der Hölle lebst. Mom ist das Hausmädchen für diese super reiche Frau. Mrs. Branson. Sie ist schlimmer als Hitler. Doch selbst Hitler scherte sich um Deutschland. Oder sowas. Und sie hat Zwillinge in meinem Alter. Jessie und James. Candice und Julian. Und sie sind so schlimm wie ihre Mutter. Warte, mir ist jetzt aufgefallen, dass sie genau den gleichen Witz im Video gebracht haben. Gott sei Dank lebt Julian hier nicht, weil er zu irgendeiner amerikanischen Schule muss. Doch ich muss mich noch mit Candice rumschlagen. Ich mein, schaut euch mal an, was die da gerade für einen Anfall im Hintergrund hat. Candice ist richtig eifersüchtig auf mich. Denn ich bin klüger, schöner und hab einen Größeren als sie. Hier ist übrigens eine sehr realistische Style Story, die definitiv so im echten Leben passiert. Und hier kommt mein patentierter Siegeswurz. Ein paar Tage später hatte meine Mutter aber einen Unfall auf Rainbow Road. Aber das ist der Grund, warum ich jetzt den Plot weitermachen muss. Und ich ihre Position übernehmen muss, weil so funktionieren Jobs. Glaube ich. Und dann sagte Mrs. Branson, hey, kennst du noch Edgar? Ja, Edgar, der Therapeut. Also ich hatte gestern so einen Termin bei ihm und er hat mir gesagt, ich nehme viel zu viele Drogen und dass ich so komplett komische Sachen unter Drogeneinfluss teils mache. Hat gesagt, ich könnte mit meinem schlimmen Verhalten vielleicht sogar irgendwann mal den Mond zerstören. Natürlich, ich habe meine Lektion daraus gelernt. Ähm, und ja, ich habe jetzt, ähm, für dich den Auftrag, ihn umzulegen. Weil, wenn die Gesellschaft mitbekommt, dass ich ein Drogenproblem habe, oh, da werde ich sowas von aus dem Millionärsklub rausgeschmissen und da darf ich leider keine abgetriebenen Babys mehr essen. Ich meine, wie kann ich noch überleben, wenn mir der Milliardärsklub keine abgetriebenen Babys gibt? Ach, und Jujuan kommt zurück, du dumme Kacksau. Warte, das ist doch deine Mutter. Ach, äh, sorry, die Drohnen sind wieder ein bisschen im Blut. Ähm, naja, jetzt geh wieder zurück, du Kacksau, mach deine Sachen. Hä, das war übrigens nur ein Scherz. Im Milliardärsklub sind alle die größten Drogenjackies, also ich habe da wirklich auch das geringste Problem da. Aber, ich mag diesen Typen trotzdem nicht, also, Auftrag ist weiterhin, bring den um. Am besten machst du auch dabei schön Action, damit ich sehen kann, wie dich die Polizei, äh, auf der Straße verfolgt. Du hast doch einen Führerschein, oder? Nein, ähm, okay, keine Sorge, dann, äh, das macht das dann nur spannender, wenn wir, wenn ihr dann im Gerechtigkeit, beim Gericht seid. Ähm, die Anwaltskosten müsst ihr übrigens selbst tragen. Nachdem ich sein Zimmer aufräumte, fühlte ich mich sehr erschöpft. Und dann habe ich mich auf die Couch hingesetzt dort und, äh, bin, äh, eingeschlafen, weil das passiert, wenn du dein Zimmer einfach aufräumst. Als ich aufwachte, sah ich irgendeinen, äh, schönen Typen. Hallo, Arschgesicht. Arschgesicht? Das hat mich Julian immer genannt. Und das ist ein sehr pikantes Detail, weil das eine sehr exotische Beleidigung ist, die sich nur in den österreichischen Alpen in Buxtehude zu finden lässt. Oh, du bist wieder da. Sorry, bin auf deinem nagelneuen Gucci Gaming Chair eingeschlafen. Sieht so aus, als hättest du einen interessanten Traum. War es ein horny Traum? Ja, ich hab geträumt, dass ich dir den Schwanz abreiße. Und Rache macht mich sehr horny. Dagegen bin ich mittlerweile immun. Sag mal, warum hast du ein Made Outfit an? Hast du etwa einen Weep-Freund und der zwingt dich, das zu tragen? Sie hat einen Unfall auf Rainbow Road. Und deshalb muss ich sie temporär ersetzen. Den Rest des Tages hat sich Julian dann die ganze Zeit so komisch verhalten. Bestimmt nicht, um mich irgendwie zu verarschen. Eines Nachts sah ich, wie Mrs. Branson einer ihre Taschen wegwirft, weil sie reich ist und ein Arsch. Dann hab ich's mir weggejoinkt. Meine Mutter war gar nicht begeistert, obwohl ich ihr sichergestellt habe, dass es kein Essen war und wir keine Obdachlosen waren, die es genommen haben, weil wir nichts anderes zu essen haben. Am nächsten Tag in der Schule waren wir mitten in einer Arbeit und auf einmal haben die Mädels angefangen, komisch rumzukreischen. Und da war Julian in der Tür. Dann hat er mir einen Luftkuss gegeben und ich, äh, keine Ahnung, äh, ich glaub, ich glaub, ich sollte zum... Eines Tages hat er im Wohnzimmer seinen Workout gemacht. Ist irgendwie fatphobic oder sowas? Entschuldigung. Ist das hier irgendeine Art von Scherz? Schade, dass du deine dicken Wangen nicht mehr hast. Ich kann dich nicht mehr Arschgesicht nennen. Soll ich dich jetzt Berliner Gesicht nennen? Wow, das ist echt cringe. Ach nein, griechen. Jeder weiß, dass es Krapfen heißt. Wenn du rot wirst, erinnert mich das an Berliner. Das ist süß. Es ist eine Errötung des Ärgers. Das ist eine natürliche Körperreaktion, wenn jemand Krapfen Berliner nennt. In der Schule versuchte ich, ihm aus dem Weg zu gehen. Doch jeder Versuch war vergebens. Dann kam eines Tages eine Freundin zu mir und sagte, Hey, Girl, ich hab gesehen, dass du mit diesem süßen Jungen von anderen Klasse rummachst. Seid ihr so ein Ding? Nein. Okay, dann geh ich ihn mir krallen. Und mein innerer Jackie Chan ist wieder erwacht und wollte sie daran hindern. Dann hab ich's realisiert. Ich hab ne Krusche auf ihn. Doch das darf ich nicht zugeben. Ne Woche später hat Mrs. Burns eine riesige Neujahrsparty geschmissen. Hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis dem Waisen gehört? Und ich musste natürlich helfen. Und Julian hat wieder komplett komisch auf mich gestarrt. Keine Ahnung warum. Hey, wollen wir abhauen? Nee, das ist nicht blöde Idee. Ah, also hast du auf einmal Angst. Shit, Negro! That's all you had to say! Wo gehen wir hin? Keine Ahnung, mal gucken. Bist du deshalb gekommen? So viel Gras können wir doch nie in einer Nacht rauchen. Keine Ahnung. Hey, Bock zu smashen? Ah, ich bin Donkey Man, ich werde dich sowas von wegpicken. Das glaubst du ja nicht mal selbst. Los, geht nicht runter. Ja, 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 nein, 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 nein. Komm schon, stirb. Warum liebst du es, Mario Kart zu spielen? Das ist so gefährlich. Wenn ich Mario Kart spiele, fühle ich mich so wie ein Rennfahrer. Hey, wollen wir mal etwas Vorschädigung ans Ende machen? Oh hey, wir haben lang genug gewartet. Auf einmal war der Nachthimmel voller Feuerwerke, die aus irgendeinem Grund da waren. Ja, stimmt, es war Neujahr, weil das habe ich nicht vorausgesehen. Angelassen wir das Feuer. Als ich meine Augen schloss und sie dann kurz danach wieder öffnete, starrte mich Julian einfach an. Hi guys, Peter hier. Leider hat Leon keine romantischen Erlebnisse und weiß deshalb leider nicht, ob das hier realistisch ist oder nicht. Doch wir gehen mal davon aus, mit unserem Team an Experten, dass es nicht realistisch ist und nur in Filmen und Anime vorzufinden ist. Auf einmal unterbrach mich mein Handy, weil das ist definitiv keine fiktionale Geschichte, die wir uns ausgedacht haben und Klicks machen. Oh, das war Mrs. Branson. Wir müssen schnell zurück, das schaffen wir nur bei Rainbow Road mit 200 CC. Kriegst du das hin? Wetten? Als wir zurück kamen, war die Party noch nicht vorbei. Und als wir uns reinschlissen, haben wir Mrs. Branson gesehen. Julian hat tatsächlich etwas Schlaues gemacht. Und hat mich auf den Boden geschmissen, damit ich so tue, als würde ich seinen Schlüssel finden. Stella, was machst du hier? Du warst nirgends zu finden. Ich hab meinen Ring ge... Nee, war es ein Schlüssel... War es ein Schlüssel oder ein Ring? Ich hab meinen Schlüssel fallen gelassen und Stella muss ihn suchen. Mrs. Branson schien, als würde sie uns die Geschichte abkaufen. Doch als ich später dann aufräumte... Denkst du wirklich, ich hab keine Ahnung, was hier los ist? Ich weiß nicht, was sie meinen. Doch, das weißt du. Und ich weiß ganz genau, was ihr gemacht habt. Ihr habt euch davon geschlichen und zusammen Super Smash Bros gespielt. Und nicht nur das. Ihr habt auch eine gemoddete Version von Mili gespielt. Das wird Papa Nintendo gar nicht gefallen. Also, sag ich dir, was du jetzt machst. Du hältst dich von meinem Sohn fern. Ich fing an, Julian, wann immer es ging aus dem Weg zu gehen. Weil auf einmal ist das kein Problem. Meine Mutter erzählte mir dann, dass Julian krank geworden ist. Weil aus irgendeinem Grund weiß sie das vor mir. Es schien, als hätte er ein 69 Grad Fieber. Und natürlich brauchen wir eine weitere Kussszene. Äh, hi, Guys. Peter nochmal hier. Wie gesagt, hat Leon leider nicht genug romantische Erfahrungen, um zu beurteilen, ob diese Szene realistisch ist oder nicht. Doch auch hier geht unser Team von Experten und Leon davon aus, dass es nicht realistisch ist. Also, falls das stimmt, fügt auch hier einen Witz dazu bitte ein. Und bitte küsst nicht Leute ohne Aufforderung, weil das könnte sexuelle Belästigung sein. Also, küsst nur eure Homies gute Nacht. Julian, bitte verstehe. Das zwischen uns kann nichts werden. Ich mein, mein Schwanz ist so dick wie dein Oberschenkel. Das ist egal. Ich hab im Gefängnis herausgefunden, dass sich mein Arschloch ungewöhnlich weit strecken lässt. Doch darauf hab ich ihm nicht geantwortet. Ein paar Tage später, auf einer Poolparty von Candice und ihren Freundinnen, sah ich, dass Julian mit irgendeinem komischen Mehl da war. Ich mein, ihr Schwanz war nicht mal halb so groß wie meiner. Ich glaube, sie hatte sogar überhaupt gar keinen. Also ignorierte ich all meine Pflichten und ging zu Julian. Entschuldigung, Sir. Ich muss kurz mit Ihnen reden in der Küche. Da fühlt sich dieses Blech nicht sehr gut an. Ja, sehr sogar. Lass mich raten. Jahrgang 1926. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist... Hi, Guys. Peter Griffin nochmal hier. Bei dieser Szene sind wir uns dieses Mal komplett unsicher, ob diese Szene realistisch ist oder nicht. Es tut uns leid, dass wir dazu keinen Witz machen können. Dann haben wir im Geheimen gedatet und das funktionierte gut. Doch dann hatte er genug und will nicht mehr geheim alles Zeug machen. Eine Woche später kam Julians Vater wieder von seiner Geschäftsreise zurück. Julian schien sehr beschäftigt mit den Gästen, weswegen ich mir keine Sorgen machte. Weshalb ich mir jedoch Sorgen gemacht habe, ist, dass Mrs. Branson vorher noch massenweise Drogen in sich reingekippt hat und uns jetzt eine Mitteilung geben will. Ich war ja. Ich bin ein Geheimt, der Ruhige steht, der Ruhige steht. Das war ja. Und er hat gesagt, das war das großartig. Und ich habe gesagt, das ist eine blöde. So ich werde ein Blöde auf Twitter. Ich habe die Hedgehegeinschaft, ihr habt ein kleines Dick, das ist der Teil des Walnut, aber stärker. Und achten wir. Hier sieht der Grund, Das ist richtig, Baby! Alle Punkte! Keine Quillen! Keine Pillen! Keine Pillen! Look at that! Es sieht wie zwei Balls und eine Bong! Er hat meine Frau gebetet, also was ich? Ich werde die Erde schrauben! Das ist richtig! Das ist das, was du bekommen! Meine Super Laser Piss! Ich werde nicht auf die Erde schrauben! Ich werde höher gehen! Ich werde auf die Moon schrauben! Wie magst du das, Obama? Ich habe auf die Moon schrauben, du Idiot! Du hast 23 Stunden, bevor die Piss-Droppel hat auf die Erde! Jetzt komm aus meiner Seite, bevor ich auf die YouTube schrauben! Ach, und mein Sohn ist jetzt mit diesem Random-Ass-Mail verlobt. Ich bin hier doch ruhig geblieben und wollte mir eine vernünftige Erklärung für diese Sache hier draußen überlegen. Doch dann kam Candace und sagte, Oh, ich hab dir doch gesagt, dass das nicht funktionieren kann! Wisst ihr was? Ich werde mir keine vernünftige Erklärung hierfür überlegen! Ich werde mir keine vernünftige Erklärung hierfür überlegen! Das wäre ja das ideale Ende gewesen, aber die Geschichte muss halt weitergehen! Wir müssen gehen! Ich hab's im Fernsehen gesehen! Mrs. Berndon hat irgendwelche Drogen genommen und die Eggman-Szene nachgestellt! Leider war das Radio zu laut, deshalb konnte ich nicht verstehen, was sie sagt, aber die Musik ist ein Banger! Das ist die obligatorische Szene von diesen Videos, wo unser Leben bergauf geht und wir richtig Fortschritt machen! Wenn man so eine Szene nämlich nicht in so einem Video hat, dann wird man ins Gulag geschickt und dort exekutiert! Als ich mich dann auf ein Date mit diesem Typen verabredete, stoß ich auf jemanden! Auf jemanden! Natürlich konnte es niemand außer Julian sein! Hallo, ich hab praktisch alles Schlechte aus meinem Leben geräumt! Wir können jetzt zusammen sein, weil diese Geschichte braucht ein Happy Ending! Deine Mutter hat den Mond angepisst und das ist noch das Normalste an euch! Eines Tages im Krankenhaus habe ich Mitteilung von einem Patienten bekommen! Ein schwerer Autounfall auf Rainbow Road! Und natürlich war es Julian! Meine Mutter hat mich emotional erpresst, weil sie ist böse! Wie alle Billionäre! Das ist der realistische Teil dieser Geschichte! Und so eine Zwangshochzeit ist außerdem verboten! Warum ist sie verboten? Weil es verboten ist! Ah, gut zu wissen! Das muss ich mir merken fürs nächste Mal! Hi guys! Peter! He did the same joke! About three times already! I don't think it's funny anymore! Exzellente Arbeit Jungs! Der Test war ein voller Erfolg! Damit haben wir nun endlich die Testphase beendet! Ich wünsche euch noch einen schönen Feierabend! Oah! Jungs! Oh! Ich gebe euch noch ein paar Videos nicht以前! Hey, ich hab das Ganze hier noch nicht so verstanden. Was haben wir gerade gemacht? Oh. Ähm, warum weißt du das nicht? Wir haben hier die letzten Wochen dran gearbeitet. Äh, ich war im Urlaub. Oh, ähm, also, das hier ist grob gesagt eine Maschine für Paralleluniversen. Und heute war unser finaler Test, denn der ging für die KI, die damit verbunden ist. Ich hab's nicht verstanden. Was hat das mit einer KI zu tun? Also, der Algorithmus ist dazu da, Universen, die ähnlich zu anderen Universen sind, zu finden. Praktisch eine Suchfunktion für Paralleluniversen. Und in diesem Fall haben wir dieses generische, langweilige, schlechte Storytime-Video genommen und dazu ein Paralleluniversum gesucht. Aber das hat doch alles keinen Sinn gemacht, was da ablief. Hierbei geht es nicht um Sinn, sondern hierbei ging es einfach nur darum zu sehen, ob es möglich ist. Okay. Hey, wie wär's, wenn du heute Abend bei mir auf den Feierabend-Anime-Tiddies vorbeikommst? Oh, hast heute richtig die Spendiosen an hier. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Wisst ihr was? Alle sind eingeladen zu Anime-Tiddies heute Abend. Wooh, yes! Wooh, yes! Untertitelung des ZDF für funk, 2017